Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich hier wie gewünscht die Geely-Aktie für euch dabei. Ich habe sie wirklich früher ganz, ganz oft hier dabei gehabt, jetzt aber schon sehr lange nicht mehr. Und dazu möchte ich heute jetzt eben deswegen mal ein Update bringen. Wir schauen uns mal die aktuellsten News an. Hier ist wirklich ein bisschen was passiert. Wir gehen auch auf den Kurs gemeinsam ein und schauen uns da dann auch den Chart eben zusammen an und gehen mal so ein bisschen auf die Zahlen und auf die Jahresprognose. Und bevor wir das Ganze aber starten, würde ich mich natürlich echt mega freuen, falls ihr es noch nicht getan habt, gerne ein kostenloses Abo dazulassen und auch die Glocke zu aktivieren, um hier kein weiteres Video und auch keine Analyse mehr zu verpassen. Und ihr könnt dafür auch aktiv am Kanalgeschehen teilnehmen, denn die großen Analysen, die bestimmt ihr, weil ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Dazu in meinen Community-Tab springen, da könnt ihr immer fleißig abstimmen. Ja, und dann würde ich sagen, ich rede nicht weiter an dem heißen Brei rum und würde sagen, wir starten direkt hier mit der Geely-Aktie. Ja, und zwar gibt es hier jetzt ein Renault-Joint-Venture und da arbeitet Geely eben an der Konsolidierung der Verbrennerproduktion. Um was geht es genau? Grundsätzlich kann man ja sagen, klar, die Autowelt wird in der Zukunft elektrisch oder Wasserstoff betrieben, je nachdem. Und viele Hersteller konzentrieren jetzt eben die Entwicklungsarbeiten schon auf einen Elektroantrieb und auch auf die Batteriechemie, die in Zukunft immer mehr zum Tragen kommt. Und neue Generationen von Verbrennermotoren wird es kaum noch geben. Einerseits immer auch ein bisschen schade, gerade wenn man mal so an die Sportautos denkt beziehungsweise hier an Sonderwagen, dann ist da natürlich ein gewisses Feeling auch mit dabei. Natürlich aus Klimasicht wieder ein anderes Thema, aber da möchte ich jetzt hier gar nicht drauf eingehen. Wie gesagt, aber das wird auf jeden Fall die Zukunft, denke ich, werden. Und Randthemen in so einem Verbrennerbereich haben nicht mehr so viel Chance. Und so hat zum Beispiel auch Volkswagen vor wenigen Tagen das Ende des Erdgasantriebs auch schon angekündigt. Und ja, vor dem Hintergrund mag es auch so ein bisschen widersprüchlich klingen, dass mal rund um den Verbrennungsmotor noch Joint Ventures eigentlich entstehen. Aber Benziner und Diesel werden in zehn Jahren auf jeden Fall immer noch gebraucht werden. Das ist ganz, ganz klar, weil sich einfach auch der Elektromotor und auch die Lithiumbatterie nicht auf einen Schlag auf der ganzen Welt verbreiten wird. Also wir können nicht von 0 auf 100 fahren. Das Ganze passiert peu a peu über die nächsten Jahre. Und ich persönlich gehe sogar davon aus, dass wir in den nächsten 15 Jahren noch Verbrennermotoren haben, auch wenn immer vom Jahr 2035 gesprochen wird, glaube ich, schaffen wir nicht. Weil es müssen die Ladenetzwerke da sein. Wir haben jetzt schon Probleme mit dem Strom. Es muss das Stromnetzwerk da sein. Woher holen wir uns den Strom? Wie teuer wird der Strom dann? Also das sind ja alles so viele Faktoren, an die man, glaube ich, so seitlich gar nicht denkt oder die man am Tellerrand so ein bisschen vergisst. Und ja, jetzt geht man einfach in eine normale Tiefgarage bei uns. Da ist ja wieder nicht gewollt, dass so Anschlüsse momentan sind wegen Brandgefahr. Und daher wird es einfach schwierig, hier auch so ein Ladennetz aufzubauen. Und man sieht es ja jetzt schon in den Großstädten, da ist einfach noch nicht viel vorhanden. Das ist so ein bisschen meine persönliche Meinung dazu. Langfristig gesehen, ja, wird es auf jeden Fall weiter ausgebaut. Ja, und diese Chance aber, dass es noch weiterhin Verbrenner geben wird auch, also zumindest momentan, die Chance hat eben Geely genutzt oder erkannt. Und jetzt arbeiten sie eben hier an einer weltweiten Konsolidierung der Verbrennerproduktion. Geely ist ja gleich mit zwei großen Deals so ein bisschen aufgefallen. Man gründet hier zusammen mit Renault ein Antriebs-Joint-Venture, in das der teilstaatliche französische Hersteller eben hier das komplette Verbrennergeschäft eben mit einbringt. Und 17 Fabriken mit rund 19.000 Beschäftigten werden damit künftig wesentlich hier von Geely eben gesteuert werden. Und man übernimmt hier die komplette Motorenproduktion eben der schwedischen Tochter Volvo. Das ist hier die zweite Sache. Ja, und das Thema dahinter ist auch schnell erklärt. Verbrennermotoren werden zwar so ein bisschen mehr an Bedeutung verlieren. Wer aber jetzt mit hohen Stückzahlen produziert und auch weltweit einsetzen kann, der besitzt einen extremen Kostenvorteil, das muss man sagen. Mit der Motorenproduktion von Renault und der Aggregatfertigung von Volvo baut Geely eben weiter an den globalen Verbrenner-Netzwerk weiter. Und schon vor längerer Zeit hatte hier Geely ein Motor-Android-Venture mit Mercedes sogar angekündigt. Und Geely wird schon in wenigen Jahren eine wichtige Rolle bei der weltweiten Produktion von Verbrennungsmotoren spielen und damit auch die bislang auf dem Feld führenden deutschen Hersteller so ein bisschen zurückdrängen. Ja, Volkswagen, Mercedes und BMW haben sich festgelegt, die Weiterentwicklung des Elektroantriebs steht bei ihnen klar im Mittelpunkt. Das heißt, die fahren eine andere Linie. Und der Aufstieg von Geely zu einem führenden Hersteller von Verbrennungsmotoren steht eben stellvertretend für die wachsende Bedeutung hier der chinesischen Automobilindustrie auch. Ja, und vor allem natürlich beim Elektroantrieb, das wisst ihr alle, sind Hersteller wie BYD und NIO zum Beispiel in die erste Kategorie aufgestiegen. Also wirklich sehr, sehr wichtig geworden hier für China. Gerade BYD, da bringe ich euch ja auch immer regelmäßige Updates. Und Geely rundet das Angebot eben jetzt noch auf der Verbrennerseite ab. Genau, man muss hier wie gesagt schauen, natürlich, ob sich das Ganze durchsetzt. Ich glaube aber auch, dass wir, wir können gar nicht von heute auf morgen auf Verbrenner verzichten. Und es ist ein gewagter Weg. Man muss schauen, ob er aufgeht. Es kann auch völlig in die Hose gehen, das muss man klar so sagen. Und ich werde für euch da weiter am Ball bleiben, was es hier auch sich in den Zahlen widerspiegelt. Und die schauen wir uns ja nachher auch gleich zusammen an. Zuvor springen wir jetzt aber hier auf den Chart. Und da haben wir hier 1,30 Euro aktuell stehen. Das ist so eine Achterbahnfahrt. Es ging mal wieder deutlich nach oben. Jetzt hat man einen richtigen Abschwung. Und jetzt ist hier aber eine Gegenbewegung gestartet. Nachdem hier die Aktie ein neues Verlaufstief bei 1,10 Euro ausgebildet hatte, ist man jetzt gerade wieder auf dem Weg, sich die 50-Tage-Linie zu erobern. Die liegt ja so im Bereich bei 1,40 Euro, 1,45 Euro. Und wir hatten hier, wie gesagt, stehen aktuell bei 1,30 Euro. Danach wartet die 200-Tage-Linie. Und das absolute Jahreshoch lag bei 3,02 Euro. Also das heißt mehr wie 100% Chance. Das mal hier so zum Chart-Technischen. Und dann springen wir hier noch auf die Jahreszahlen. Die sollen sehr, sehr stark ansteigen. Und zwar vom letzten Jahr auf 101 Milliarden, auf 132 Milliarden. Aber hier alles in Heimatwährungen. Auch die Umsatzrendite soll so ähnlich bei knapp über 3% bleiben. Bis zum Jahr 2024 sogar auf 5% anwachsen. Und auch der Umsatz auf 192 Milliarden ansteigen. Auch das EBIT da soll sich nicht ganz verdoppeln. Aber so um 80% steigen bis zum Jahr 2024. Und auch der Gewinn pro Aktie soll von 0,52 in diesem Jahr auf 1,02 hochgehen. Folglich soll dann auch die Dividende gesteigert werden. Beziehungsweise sogar mehr als verdoppelt werden in den nächsten zwei Jahren. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Aktuell sind wir irgendwo bei 0,16 Dividende pro Aktie. Bis in zwei Jahren eben bei 0,36. Und das wäre eine ganz, ganz coole Sache auch für Dividendeninvestoren. Und wir sehen es hier oben auch. Wir haben hier, oder man erwartet hier richtig schöne Steigerungen. Auch seit 2020 eigentlich soll es fleißig bergauf gehen. Ich bin gespannt. Ich werde für euch weiter am Ball bleiben. Und schreibt mir jetzt auch gerne unter die Kommentare, welche Updates ihr vielleicht sehen wollt, die ihr in der Vergangenheit auch mal auf meinem Kanal gesehen habt. Die vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und schaut, wie gesagt, immer gern in meinem Community-Tab vorbei. Da werde ich euch immer die große Wochenanalyse reinstellen, die ich für euch bringe. Ja, und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, lasst doch an dieser Stelle jetzt gern wirklich ein kostenloses Abo da. Aktiviert die Glocke, um hier kein weiteres Video mehr zu verpassen. Würde mich echt mega freuen, wenn ihr hier mit an Bord kommt. Ja, und das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Freue mich aufs nächste Video. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.